Und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben Damen und Herren zurück zu Let's Play Stardew Valley. Joa, und ich würde sagen, wir gehen direkt mit der Gießkanne, versteht sich, direkt raus. Ähm, und gießen mal direkt wieder unsere Böhnchen. Also gucken wir hier erstmal noch. Was ist hier? Hi Otto, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein nettes kleines Haus. Dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen. Dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir die Materialien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. Mit einer Küche kannst du all die Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, dass du dich im Sternental, äh, Sternentautal wie zu Hause fühlst. Deine Schreinerin vor Ort, Robin. Joa, super. Aber, ähm, bringen mir aber gerade auch noch nicht so viel. Weil ich halt einfach nicht den, nicht das Geld dafür hab. Ähm, ja. Ich mach mal grad hier... Ich erweitere mal gerade mein, äh, mein Feld. Beziehungsweise mach das mal grad wieder richtig. Upsa da. Mach das mal grad richtig. Gießkanne auffüllen und langsam alles gießen, was gegossen werden muss. Das ist es auch. Die Dinger müssten bald eigentlich, ähm, fertig sein, ne? Dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Dann müssten wir unsere... Unsere Böhnchen auch, äh, ernten können. Bin ich mal gespannt drauf. Ähm... Ja. Machen wir mal grad ein bisschen Holzarbeiten noch. Bringt ja grad nichts. Ich muss ja jetzt grad hier ein bisschen was machen. Damit ich hier auch mal vorankomme, wie gesagt. Ein bisschen muss man ja dann auch mal an die Zukunft denken. Die in diesem Fall halt so aussieht, dass ich, äh... Meine Felder vergrößern muss. Demnächst. Oder vergrößern sollte, besser gesagt. So, damit ich halt dann auch wieder weiterkomme. Außerdem brauche ich noch ein bisschen... Noch ein bisschen von dem... Baumharz. Genau. Das Wort Harz ist mir gerade nicht eingefallen. Damit ich halt dann auch wieder meine... Meinen Dünger machen kann, den ich ja hier verwenden will. Na? Das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch echt wichtig eigentlich. So, aber dann würde ich jetzt sagen, jetzt haben wir hier gerade mal alles... Moment. Jetzt haben wir hier gerade mal alles gemacht. Ich wollte gerade nur nochmal nach dem Baum gucken. Ähm, das heißt, wir tun den Lehm und Holz und so weiter und so fort. Beziehungsweise das hier holen wir direkt wieder raus. Tun wir das da rein. Und dann mal kurz ins Crafting-Menü. Ähm. Ähm, ja. Da Standard-Dünger. Elf Stück nochmal. Ähm. 35 haben wir jetzt. Das geht. Dann haben wir halt nur 35 Felder, sag ich mal, mit möglicherweise guten Pastinaken und so weiter und so fort. Die wir jetzt alle verkloppen werden wieder. Und dann werden wir mal schauen, was wir uns von dem Geld holen. Ich denke tatsächlich auch erstmal wieder Pastinaken. Klingt logisch, weil die gerade am billigsten sind und relativ gut Gewinne abschmeißen, tatsächlich. Ähm. Aber gut. Was braucht... Was wird hier benötigt? Ähm. Ich suche noch jemanden, der mir Kupfererz bringt. Den Auftrag nehmen wir mal an. Die kann ich ihm bringen. Die 15 Kupfererze. Hallo. Ähm. Ich würde ganz gerne so ein paar Pastinaken hier verkaufen. Für gar nicht mal so wenig Geld. Das war jetzt an der Maßen gut. Okay, gut. Und dann brauchen wir jetzt wieder 49 neue Pastinaken. Versteht sich natürlich man selbst. Und dann hoffen wir mal, dass genug Geld übrig bleibt. Und es bleibt genug Geld übrig. Ich würde das eine Harz verkaufen einfach. Es bleibt genug Geld für den Rucksack übrig. Den wir uns jetzt auch schnell einfach mal kaufen. Damit wir den haben. Du hast die große Tasche erhalten. Ein Inventar wurde auf 24 Plätze verbegrößert. So. Oh, da gibt es noch eine größere. Für 36 Plätze. Geil. Ach, ach, okay. Das ist, das zählt nur so. Also das zählt jetzt insgesamt. Okay. Ist nicht schlimm. Ich dachte jetzt nur, dass ich hier alles freigeschaltet bekomme. Aber okay. Machst halt nix. Gut. Aber haben wir das auch schon mal geregelt? Haben wir das geklärt? Haben wir noch 500. Ähm. Euro, Dollar, Geld. Haben wir sogar noch einfach zur Verfügung. Also noch 500 Coins, sag ich mal. Und das ist nicht schlecht. Das ist jetzt alles andere als schlecht. Ich schau mal gerade hier oben einfach mal lang. So, aber dann würde ich sagen, pflanzen wir die Pastinaken wieder ein. Ja. Und dann sind wir auch eigentlich schon tatsächlich mit der Arbeit für heute fertig. Dann bringe ich mal noch den Clint. Ja. Oder muss ich die, muss ich die frisch sammeln? Das kann natürlich sein. Das hoffen wir mal nicht. Naja, ansonsten muss ich halt. Naja, egal. Wir werden es sehen. Ich mach mal erstmal hier jetzt, wie gesagt, meine Arbeit zu Ende. Weil das ist wichtiger als 180 Gold- oder Geldeinheiten vom Clint zu bekommen. Obwohl das natürlich auch praktisch wäre. Weil nochmal so 180 oben drauf beschweren sollte man sich dann nicht. Also wenn mir jemand jetzt einfach nochmal 180 Euro oben drauf zahlen würde. Auf mein nicht vorhandenes Gehalt. Ja, sag ich doch nicht. Nee, ne. Aber erstmal müssen wir gießen. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Gießen. Und wir können die 15 Ernst ja auch noch behalten. Das ist ja im Endeffekt noch besser. Ja. Das ist im Endeffekt noch besser einfach. Mehr kann und muss ich dazu jetzt auch eigentlich nicht sagen. So. Sind wir fast hier schon durch. Aber ich hab auch fast keine Energie mehr. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich noch in die Höhle gehe. Oh. Wenn ich jetzt wirklich noch in die Höhle gehe. Dann hab ich ein Problem. Das wird noch viel Energie kosten. Naja, egal. Das werden wir schon schaffen. So, wir haben jetzt 13 Uhr. Ähm. Shit. Jetzt hab ich den Dünger vergessen. Ah. 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 Oh. Ja. Gott dammit. Oh. Ah. Ja, das ärgert mich jetzt. Das ist doch dumm jetzt. Mann. Naja, okay. Gut. Nehmen wir mal hier einfach. Drei. Ich ess dann mal grad was. Damit ich hier Energie bekomme. Damit ich jetzt wirklich noch in die Mine kann, kurzfristig. Ärgerlich. Ärgerlich ist das jetzt gerade mit dem Dünger. Äh. Egal. Nächstes Mal. Verflucht. Nächstes Mal machen wir dann auch das komplette Feld. Bestellen wir dann direkt so. Aber das ist jetzt wirklich. Das ist jetzt blöd. Naja. Okay. Es passiert. Passiert. Ist halt ärgerlich. Oh, das ist Luis. Dem haben wir mal lange nicht mehr geredet, glaube ich. Ich bin seit ganzen 20 Jahren Bürgermeister dieser Stadt. Das freut mich immer noch. Keiner möchte gegen mich. Okay. Das hatten wir irgendwann schon mal. So. Auf geht's wieder in die Mine. Wie gesagt, wir sind sehr häufig in der Mine. Im Endeffekt wechseln wir die ganze Zeit zwischen Feldarbeiter und Minenarbeiter. Mal mit Maru reden. Hallo. Hi. Macht es Spaß, auf dem Hof zu arbeiten? Ja. Macht schon Spaß. Nun, das ist gut, nicht? Ne. Ist total beschiss. Spaß ist scheiße. Ich mag keinen Spaß. Ich bin da lieber viel ernster. Ihr seid scheiße. Okay. Gehen wir nach Hause. Gut. Und hier rein. Und hier runter. Und hier raus. Und hier rein. In die 5. Warum in die 5? Weil ich möchte Kupfer haben. Jetzt schlüp doch. Danke. Was ist das jetzt hier? Oh. Die Grüneige. Die gibt Energie. Das ist gut. Eine Grünalge, die Energie gibt. Beschweren kann ich mich daher weniger. Hehe. Okay. So. Aber kein Kupfer. Ich sehe keinen Kupfer. Okay. Gehen wir einfach nochmal hoch. Mine verlassen. Nein, du sollst da rein. In die 10, bitte. Danke. Gut. Die Truhe ist weg. Vielleicht hätte ich die mitnehmen können. Also jetzt wirklich die Truhe. Das wäre praktisch gewesen eigentlich. Achso. Das ist also wieder so ein Vieh. Also. Da haben wir. Ich mach mal gerade hier. Gut. Äh. Ja. Hier haben wir Kupfer. Zwei. Zwei Kupferstückchen jetzt. Also toll. Aha. Na bitte. So. Na. Ich wollte gerade schon sagen. Ich brauche weiter einen Kupfer. Das war viel Kupfer. So. Jetzt haben wir schon acht Stück Kupfer. Eigentlich ist das jetzt nicht schlecht, ne? Die grünen Eige habe ich schon gefuttert. Wo habe ich das denn gemacht? Ich habe gerade, kann ich mich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass ich die grünen Eige gegessen habe. Naja, passiert. So, was ist das jetzt hier? Könnte ich damit jetzt fahren? Ne. Block. Moment. Moment. Ja, Moment. Ich möchte mal gerade gucken. Ähm. Ob ich hier irgendwas machen kann? Wenn ich da mal gegen haue oder so? Hier so? Mit der Axt. Block. Ne. Hätte ja sein können, dass ich da irgendwie was machen kann oder so. Geht aber nicht. Das ist natürlich schade. Na gut. Gehen wir wieder runter. Oder gehen wir weiter runter. Und noch ein bisschen Kupfer. Brauchen wir ja schon fast nichts mehr an Kupfer jetzt. Jetzt brauchen wir nur noch neun Stück. Ist eigentlich schon mal ein ganz guter Schnitt. Elf Stück. Alter. Dieses Viech ist echt einfach verdammt laut, ne? Okay. Ich brauche doch fast keinen Kupfer mehr. Na bitte. Komm noch eins runter. Alter. Alter. Okay. Da ist noch Kupfer. Da ist noch Kupfer. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Dann haben wir das schon mal entledigt. Dann muss ich morgen das Zeug nur noch wegbringen. Das wäre nicht schlecht eigentlich. Oh, ich habe doch jetzt ein großes Inventar. Dann mache ich mir denn gerade hier so einen Stress. Ich dachte gerade die ganze Zeit, oh scheiße. Ich habe ja gleich keinen Platz mehr. Ich habe ja jetzt ein großes. Da war ja was. Und ein größeres Inventar. Ist eigentlich auch noch nicht so viel, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt eigentlich. Verflucht. Das heißt, ich hätte hier noch ein paar Dinge mitnehmen können. Die ich jetzt liegen lassen habe. Na egal. So. Da hinten haben wir noch ein... Ein Kupferstück. Damit kriegen wir auch... Unsere... 15 voll. Na bitte. Aua. Ah, ja. Rede mit Clint. Haben wir jetzt nur noch. Okay. Mal ganz kurz, kurz einen Prozess gemacht. Komm, ich gehe jetzt noch eine. Ich versuche jetzt noch eine Etage, um weiter nach unten zu kommen. Mal ganz fix. Vielleicht schaffe ich es ja sogar noch. Wenn ich jetzt noch eine Etage weiter nach unten komme, habe ich ja wieder einen neuen Aufzug. Ah, es sieht aber nicht gut aus. Ah, es sieht nicht gut aus. Oh. Ich habe nichts Essbares dabei. Oh. Na gut, vergesst es. Also vergesst das, was ich gesagt habe mir. Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Nicht doch du schon wieder. Wo kommen denn hier unten Fliegen her? Was willst du denn hier unten? So. Okay. Dann gehen wir noch eine Etage runter. Und da haben wir den Aufzug. Wunderbar. Das heißt, hier kommen wir jetzt einfach direkt wieder hin. Das ist perfekt. Oh, was ist das? Wie, was? Ihhh. Ihhh. Was seid ihr denn? Ihhh. Einfach halt auch irgendwelche Maden. Ihhh. 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 Was machst du? Oh. Da bin ich. Ah. Da werden diese Fliegen draus. Oh nein. Nein. Okay. Dann knüppeln wir mal gerade diese Fliegen hier. Oh Mann. Oh, ich muss unbedingt hier raus. Ich gucke gerade nämlich auf die Uhr und sehe gerade, wir haben 23 Uhr 20. 22 Uhr 30. Ich muss raus hier. Ich muss pennen gehen. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Außer Betrieb immer noch. Okay. Gut. Ich muss hier raus. Ich muss jetzt nämlich schlafen. Und es ist, uns haben wir morgen ein Problem. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt noch, ähm, Clint treffe. Vor allem, weil ich jetzt gerade falsch laufe. Das ist halt auch eigentlich ein dummer Weg gewesen. Aber okay. Ja, es wird spät. Vor eins sind wir jetzt nicht zu Hause. Das ist das Problem. Was, also es ist wirklich ein Problem in Anführungsstrichen. Weil ich glaube, dann habe ich nämlich morgen weniger Energie. Und so, dann können wir morgen schon, obwohl morgen müssen wir sowieso. Morgen müssen wir erstmal nach Clint suchen. Dem müssen wir erstmal seine, seinen, äh, Kupfererz geben. Damit der zufrieden ist. Dann ist das schon mal, dann ist das schon mal super. Dann haben wir das schon mal vom Tisch. Haben wir nochmal 180 verdient. Super. Punkt. Abgehakt. So. Das machen wir morgen in der Folge. Jetzt haben wir heute auch übrigens Hayley's Geburtstag nicht, äh, zelebriert. Wir haben ihr also nichts gegeben. Wir haben sie aber auch nicht gesehen. Ich war ja auch die ganze Zeit in der, in der Höhle. Im Endeffekt. Das war ja die ganze Zeit am Arbeiten irgendwie. Okay, gut. Ab geht's ins Bett. Und, ähm, wir sehen uns dann morgen wieder. Jetzt hab ich vergessen, das Zeug zu verkaufen. Äh, Mienenarbeit Stufe 2, äh, Plus 1 Spitzhackeneffektivität, neues Herstellungsrezept Treppen. Gut, meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn's wieder heißt, let's play Stardew Valley. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.